Wir sind hier von 6 da, damit... Will er die Chance für die Tübinger vielleicht... Hier habe ich jetzt nicht passiert, was hier passiert ist. Otto liegt da am Boden, glaube ich, oder? Müsste Cagnotto sein, ja? Also wenn der am Boden liegt, dann muss tatsächlich etwas Schlimmes passiert sein, weil er ist ein harter Humpel. Ja, er humpelt hier jetzt einmal vom Feld. Kann der Mensch schon mal hier selbst vom Feld laufen. Habe aber nicht gesehen... So, ich glaube, wir sind wieder da. Ja, wir entschuldigen uns, wir hatten hier gerade... ...kein Strom. Hier hat es uns irgendeine Sicherung rausgehauen, am Regiepult, am Kommentatoren-Tisch. Ist ja auch leider der Livestream abgebrochen. Die Tigers haben das Spiel gewonnen mit 79 zu 74 am Ende. Isaiah Crawley...